so willkommen zurück nach der pause ich sehe gerade in meinem cockpit hier das internet ist noch da das ist wichtig mein obs studio ist noch da das ist auch wichtig und am wichtigsten ist mein view account sagt mir sie sind auch noch da klasse dann können wir weitermachen und zwar gleich mit einem kleinen sprung in der vorlesung waren gerade eben beim kapitel 3 und jetzt begrüße ich sie mit dem kapitel nummer sieben digitale speicherelemente da fehlt also offensichtlich ein bisschen was dazwischen und zwar was wir überspringen jetzt mal ganz schnell die kapitel vier fünf und sechs zu den themen zahlensystem und dual zahlenarithmetik binäre kurz und spezielle schaltnetze die werden etwas später anordnen und auch nur zum teil durchnehmen weil sie einiges davon bereits in der informatik 1 beim kollegen reitsch gehabt haben und zum anderen weil ich sie jetzt mit dem kapitel nummer sieben in marsch setzen möchte bezüglich ihrer arbeiten im praktikumsversuch nummer zwei wo sie genau solche digitalen speicherelemente entwickeln sollen die wir dann für das kapitel nummer acht nämlich für die sequenzielle logik für digitale schaltwerke benutzen werden die das wesentliche ausbildungsziel von diesem semester sind also setzen wir mit digitalen speicherelementen fort was ist jetzt unser ziel wir wollen uns befassen in diesem abschnitt mit der zustands speicherung in digitalen schaltwerken und uns zunächst mal mit den grundprinzipien befassen nämlich der konstruktion eines sogenannten elementaren set research oder kurz sr ledges und dann werden wir auf der basis von diesem elementaren speicherelement was ein bit asynchron speichern kann 1 oder 0 befassen damit wie kann man daraus komplexere speicherelemente ableiten die bestimmte funktionen erfüllen zum beispiel dass sie nur unter bestimmten umständen speichern dass sie nur bei taktflanken speichern und so weiter und am ende hinkommen zu den speicherelementen die sie brauchen um digitale schaltwerke mit zustandsinformationen bauen zu können kurz zur einleitung wir hatten bislang die kombinatorischen schaltungen kennengelernt jetzt im wesentlichen auf basis der theoretischen überlegung zur schaltfunktions synthese also wir haben wahrheitstabellen die wahrheitstabellen werden in technischen anforderungen gestellt durch die oder in technischen systemen gestellt durch die technischen anforderungen die diese jeweilige schaltfunktion erfüllen muss wir wissen jetzt wie wir mithilfe von gutter logik eine solche schaltfunktion bauen können indem wir zunächst mithilfe der kanonischen synthese beziehungsweise der kano minimierung zu entsprechend minimierten schaltfunktionen kommen und die in gutter umsetzen können das was wir dort kennengelernt haben die kombinatorischen funktionen haben aber haben aber eine ganz wesentliche eigenschaft nämlich diese hier schaltnetze verknüpfen ausschließlich die momentan belegung ihrer eingangs variablen zu einem oder mehreren ausgangswerten schaltnetze enthalten niemals rückkopplungspfade und enthalten auch keine speicherfunktion für zustände aus die aus der vergangenheit also ein schaltnetz hat keine erinnerung an das was in der vergangenheit passiert ist wir werden aber für steuerungstechnische zwecke wenn ihr programmierte abläufe in der zeit zum beispiel zum steuern von irgendwelchen produktionsautomaten realisieren wollen eine solche erinnerung an die vergangenheit brauchen und deswegen befassen wir uns im folgenden mit der konstruktion von logik schaltung die logische zustände für einen gegebenen zeitraum speichern können und damit den aufbau von sogenannten endlichen automaten ermöglichen endliche automaten sind die grundlage die logische grundlage für sogenannte digitale schaltwerke bestehend aus flipflops und kombinatorischen schaltungen mit dem wir dann programmgesteuerte abläufe in der zeit in reaktion auf eingangssignale darstellen können beispiel dazu ein endlicher automat beziehungsweise ein schaltwerk das wir daraus bauen können wir haben hier mal so eine verkehrssituation eine hauptstraße die geht in diese richtung uns kommt eine seitenstraße mit einem auto das wartet hinzu und wir gehen mal davon aus dass die ampel die hier diese seitenstraße freischaltet grundsätzlich auf rot steht das heißt also dass diese straße hier immer vorrang hat und diese ampel die soll aber auf grün geschaltet sein sobald sich ein auto auf diesen im fußboden eingelassenen sensor bewegt typische situation diese eigentlich an jeder programm gesteuerten ampelkreuzung finden wenn das ganze jetzt funktionieren soll in einem technischen system mit hilfe der digital technik brauchen sie eine ampelsteuerung die als digitales schaltwerk ausgelegt ist dieses digitale schaltwerk wird versorgt mit einer zeitbasis das heißt einem periodischen takt und bei jedem takt überprüft diese ampelsteuerung ob gerade ein auto auf dem sensor steht was dieser sensor liefert zum beispiel eine 1 als output wenn ein auto ja drauf steht eine 0 wenn keins drauf steht und dann wenn die ampelsteuerung merkt jetzt kommt keine 1 vom sensor und dementsprechend steht ein auto hier oben drauf ja dann muss sie im folgenden alle ampelphasen sagen alle vier ampelphasen rot rot gelb grün gelb nach einem feststehenden zeitschema durchschalten das auto damit durchlassen und am ende wieder bei 1 in den ruhe zustand gehen und warten bis das nächste auto kommt das ist eine typische aufgabe von einem digitalen schaltwerk es kennt also zustände und es muss sich erinnern an welchem zustand ist denn jetzt eigentlich gerade ist damit es weiß was der folge zustand ist also wenn die ampel gerade auf rot gelb geschaltet hat dann muss sich erinnern aha ich bin gerade in meinem zweiten zustand eines ampelzyklus und nach einer gewissen zeit in der regel so ein zwei sekunden muss ich auf den zustand grün nummer drei umschalten jetzt erinnere ich mich daran dass ich bei grün bin und muss dann als nächstes auf gelb gehen dann erinnere ich mich daran dass ich gerade gelb bin und gehe wieder in meinen ruhe zustand und beginne den zyklus von vorne ein solches erinnern an zustände ist mit rein kombinatorischer logik nicht möglich deswegen sind sogenannte sequenzielle logiken das heißt also schaltwerke aufgebaut aus unter verwendung von erinnerungsfähigen digitalen schaltblöcken und genau wie wir die aufbauen das wollen wir uns in diesem abschnitt ansehen so bei einem schaltwerk also nicht einem schaltnetz einem schaltwerk hängen die ausgangswerte y hier am output sowohl von den aktuellen eingangswerten x ab das ist also genauso wie beim schaltwerk wir haben eingangs eingangswerte inputs und ausgangswerte outputs aber es kommt zustandsinformationen aus der vergangenheit hinzu das heißt ein schaltwerk besteht in der regel aus zwei teilen nämlich einem schaltnetz auf englisch bezeichnet als kombination oder combinatorial logic und einem zustandsregister auf englisch state register was zustandsinformationen aus der vergangenheit speichert über eine bestimmte zeit in der regel über einen takt zyklus und diese zustandsinformationen auf der eingangsseite von dem schaltnetz wieder einspeichert und die ausgangswerte errechnen sich dann aus diesem schaltnetz aus den gegebenen eingangswerten und der erinnerung aus der vergangenheit das ist ein generelles bild was man zeigen kann eigentlich für jeden beliebigen automaten den wir später auf digitaler ebene bauen und wir werden uns jetzt mal damit beschaffen befassen wie man hier unten ein solches zustandsregister bauen kann das heißt wie können wir auf der basis der logik funktion der schaltnetze die wir bis jetzt kennen eine logik bauen die in der lage ist zustandsinformationen zu speichern das heißt also nicht mehr unbedingt spontan auf die eingangs signale reagiert und dann alles vergisst was in der vergangenheit passiert ist sondern für eine beliebig lange zeit ein 1 bit oder ein 0 bit erhalten kann zustandsspeicher was ist das zustandsspeicher ist ein logisches element was ein bit speichern kann das heißt dieses speicherelement muss zwei stabile zustände besitzen 0 oder 1 und eine besondere eigenschaft die ein speicherelement erfüllen muss ist dass der zustand den nennen wir mal q am ausgangs typisch was man in spezifikationen findet und in standards ausgänge von speicherelementen werden oft als q bezeichnet zustand 0 oder 1 kann bei einem speicherelement nur über ganz spezielle belegungen der eingangssignale beziehungsweise definierte zeitliche änderungen der eingangsgrößen geändert werden hier ist mal so ein beispiel ich habe hier mal so ein abstraktes speicherelement wir werden das später als sogenanntes asynchrones sr ledge kennenlernen das ist ein logischer block dessen inhalt wir im folgenden konstruieren werden dieser block habe zwei eingänge s und r die stehen für set und reset und habe einen ausgang q und noch sein komplement q quers einfach das invertierte q und wir fordern jetzt mal das sei ein speicherelement was zwei spezielle zustände 0 und 1 an q kennt und wir fordern mal dass dieses q nur dadurch gesetzt werden kann auf 1 in dem ein kurzer eins puls ansett kommt und das q nur dann auf null gesetzt werden kann wenn ein kurzer eins puls auf dem reset signal kommt das bedeutet wir haben spezielle signale die für das setzen und rücksetzen von q beziehungsweise q quer sorgen sollen und wenn aber ruhe ist auf diesen signalen s und r jeweils null sind ja dann sollen einfach die gesetzten zustände q und q quer erhalten bleiben für beliebig lange zeit das ist also unsere forderung an eine speicherfunktion wir können diese forderung auch anders stellen durch bestimmte taktflanken das werden wir später als sogenanntes d flip flop kennenlernen ein d flip flop ist ein speicherelement was in der lage ist das anliegende signal d das kann also den wert 1 oder 0 haben datensignal deswegen d abzufragen bei einer taktflanke das heißt hier legen wir einen takt an und wenn der takt sozusagen von unten nach oben geht also positive flanke ja dann soll in diesem moment und nur in diesem moment das datensignal d an q übernommen und bis zum nächsten takt gespeichert bleiben solche anforderungen können wir auf der elektrischen ebene mithilfe so genannte bistabiler kippstufen bauen also das kann man aus logik gattern oder elektronischen bauelementen wie transistoren konstruieren wir werden uns in diesem semester aber nicht mit der elektrotechnik befassen sondern wir werden mal versuchen dieses problem rein auf der basis von einer logik synthese in abstrakter form ohne betrachtung von transistoren dioden oder anderen elektronischen bauelementen lösen digitale speicherelemente mal kurz zur nomenklatur ein speicherelement dessen ausgangswert beim vorliegen bestimmter zustände der eingangssignale gesetzt werden kann das bezeichne ich als ledge häufig in der literatur als flipflop bezeichnet aber ich möchte flipflops unterscheiden als speicherelemente deren ausgangswert nur während bestimmter zustandswechsel also flanken der eingangssignale insbesondere eines taktsignals gesetzt werden kann wenn man uns zu einem takt synchron schaltende ledges anschauen dann nennen wir die takt zustands gesteuerte speicherelemente oder auf englisch gated ledges und flipflops sind taktflanken gesteuerte speicherelemente die man auf englisch auch als edge triggered elements bezeichnet so zwischen den dingern wollen wir unterscheiden auch wenn das in der literatur manchmal durcheinander geht ist das für uns eine wichtige unterscheidung damit wir die elemente nicht durcheinander bekommen so befassen wir uns mal damit wie ein speicherblock grundlegend aussehen muss in bezug auf sein sogenanntes impuls diagramm ein impuls diagramm das ist für uns neu das ist eine zeitliche darstellung des verhaltens von logik signalen sie sehen in der x richtung die zeit und in der y richtung die signale und deren pegel so wie sie sich über die zeit verhalten wir schauen uns jetzt mal an wie eine speicherfunktion aussehen muss eines sogenannten asynchronen set reset ledges das wir auf der vorhergehenden folie gefordert haben was soll passieren mit diesen eingängen s und r jeder eingang soll in der lage sein das signal q zu setzen also s beziehungsweise rück zu setzen mit r wenn wir das an dem impuls diagramm mal anschauen sobald das signal s auf 1 geht soll das ausgangssignal q unmittelbar auf 1 gesetzt werden und q quer dementsprechend als invertiertes ausgangssignal auf 0 zurückgehen und dieser ausgang q gleich 1 der soll so lange erhalten bleiben auch wenn es wieder auf 0 zurück geht hier soll q so lange erhalten bleiben bis der reset puls kommt am eingang r unmittelbar in dem moment wo er auf 1 geht geht q von 1 auf 0 zurück und bleibt bei 0 so lange bis der nächste set puls kommt und sie sehen die speicherfunktion daran dass hier in der zwischenzeit wo es von 1 auf 0 zurückgeht und er noch nicht gesetzt worden ist dass der vorher bestehende zustand q der gesetzt worden ist erhalten bleibt so hier in diesem bereich wo er und erst gleich 0 sind bleibt die 0 erhalten so lange bis am jeweils komplementären eingang s oder r wieder ein puls kommt um den zustand des letztes zu ändern und demgegenüber schauen wir uns mal takt flanken gesteuerte speicherelemente an wir haben noch nichts dazu gesagt wie die realisiert werden das werden wir uns im folgenden dann näher betrachten takt flanken gesteuertes flip flop also edge triggert d flip flop sieht so aus wir haben als zeitbasis einen takt hier bezeichnet durch diese puls folge clock betrachten uns die positiven flanken von dem clock also die wechsel des taktsignals von 0 auf 1 und schauen uns an wie das signal d am eingang an liegt und zum zeitpunkt der positiven takt flanken am ausgang q übernommen wird der ausgang q wird also immer dann abhängig von d gleich geschaltet in dem moment wo die positive takt flanke kommt so und dann kann sich am eingang d weiter ändern was will während eines taktes erst zur nächsten positiven takt flanke wird wieder das signal d abgefragt und am ausgang ausgang q gespeichert und dann sehen wir auch sondern die speicherung erfolgt tatsächlich nur wenn die positiven takt flanken kommen wenn sich innerhalb eines taktes irgendwas ändert ohne dass das signal d in der zeit von der takt flanke berührt wird dann ändert sich auch hier am ausgang nichts so das sind bislang nur forderung die wir gestellt haben und jetzt wollen wir mal schauen wie wir diese forderung technisch umsetzen mit den mitteln die wir schon kennen und dazu werden wir uns befassen mit dem thema konstruktion eines set reset ledges auf der gatter ebene wie machen wir das jetzt dass wir mit hilfe von kombinatorischer logik die ja nun nicht in der lage ist zustandsinformationen zu speichern eine speicherfunktion dennoch realisieren können der gedanke ist eigentlich ganz einfach wir versuchen mal ein technisches prinzip der sogenannten positiven rückkopplung auf englisch positive feedback anzuwenden was sie auch in der regelungstechnik kennenlernen werden dass du zu führt dass wir ein kurzzeitig in das schalten netz eingeprägten ausgangszustand mit hilfe dieses positiven feedback selbst erhalten können also wir werden jetzt sowas bauen wie eine ich sag mal digitale klotzbremse was soll das denn sein eine digitale klotzbremse ich will diese idee mal kurz aufzeichnen stellen sich mal vor sie bauen eine bremse an ihr auto das heißt tun sie das nicht ich möchte ihnen ja nur visualisieren wie es aussehen soll die bremse soll eine bremsscheibe bremsen schön kreis daraus möglichst haben hier eine bremsscheibe die um diese achse hier rotiert also hier rotationsrichtung und sie möchten jetzt eine bremse bauen die selbst verstärken wird so sobald sie einmal anträgern soll ich mache das ich kann ja hier oben einen bremsklotz anbauen so sieht er aus auf der einen seite meiner bremse und auf der anderen seite der bremse mache ich den dazu komplementären klotz und wenn ich jetzt für eine bremswirkung sorgen möchte die sich selber verstärkt wie kann ich das machen ich muss mal schauen und sagen dass ich dieses ding dazu bringe seine eigene kraft der bewegung aufzuwenden um die bremskraft selbst zu verstärken und dazu gucken uns diese konstruktion mal von oben an und oben angucken heißt wir haben hier unsere bremsscheibe und hier die beiden bremsbacken und die rotationsrichtung also in diese richtung hier was müsste ich jetzt tun um eine selbst verstärkende bremse zu bauen ja ich müsste zum beispiel einen keil hier unterbringen nehme einen keil und dieser keil der soll mal locker auf dieser bremsscheibe schleifen das heißt also keine vernünftige kraft aufwenden soll jetzt mache ich folgendes jetzt tippe ich mal kurz meine bremse an schiebe also diese bremsbacken in diese richtung was wird passieren ja dieser keil der wird jetzt auf die bremsscheibe drauf gedrückt das bedeutet hier entsteht eine kraft die diesen keil weiter rein zieht hier in diese lücke und dadurch blockiert die bremse das heißt auch wenn ich jetzt diese bremskraft wieder zurücknehme der keil wird so weit rein gerammt hier dass er auch bei offenstehenden bremsbacken sein zustand erhält das heißt ich habe damit praktisch die den zustand gebremst eingespeichert in diese bremsscheibe und wenn ich diesen keil wieder lösen möchte ja dann muss ich erst mit einem festen hammer schlag diesen keil hier wieder raus treiben das heißt es gibt zwei signale einmal das kurze antippen der bremse und einmal das raushauen des bremsklotzes die also den zustandswechsel zwischen gebremst und ungebremst einleiten ja aber ein einmal eingeprägter zustand wird auf beliebig lange zeit erhalten das ist die grundidee hinter der selbst verstärkung die wir uns jetzt anschauen wollen wie machen wir das wir nehmen uns mal ein schaltnetz her und werden jetzt mal und sagen den eingeprägten zustand zurückführen als neuen eingang in unser schaltnetz und mal versuchen jetzt ein schaltnetz zu konstruieren mit hilfe der schaltwerks der schaltnetz synthese wie wir schon kennen und der kano minimierung so dass dieses schaltnetz den eingeprägten zustand erkennt und selber erhält und dazu machen wir folgendes wir trennen jetzt diese rückkopplung an dieser stelle mal auf das heißt wir machen hier einen schnitt an der stelle und führen das rückkopplung signal mal als neues eingangssignal auf die linke seite rüber das sieht dann so aus wir haben jetzt ein schaltnetz was neben den beiden eingangssignalen s und r die für das setzen und rücksetzen sorgen sollen von der zustandsinformation einen weiteren eingangs namens f f solle für feedback stehen und jetzt werden wir uns mal überlegen was muss denn dieses schaltnetz leisten damit wir es in einer solche rückführschleife einbauen können die uns dann zustandsinformationen erhält wir überlegen uns mal was sollen passieren wenn das signal set gesetzt wird also set geht auf 1 wenn set auf 1 gesetzt wird ja hier in der zustandstabelle wenn er unsere verheiztabelle ja dann soll der ausgang q auf 1 gehen wir wollen dass das signal s eine ersatzfunktion für q erfüllt also immer dann wenn s auf 1 geht dann soll der ausgang q auf 1 gehen der ausgang der soll dafür sorgen dass das signal q auf 0 zurückgesetzt wird also immer dann wenn er auf 0 ist wenn er auf 0 ist wenn er auf 1 ist entschuldigung wenn er auf 1 ist dann soll der ausgang q auf 0 gesetzt werden wenn er und es gleichzeitig gleich 0 sind und sagen dann haben wir einen ruhezustand in diesem ruhezustand s und er gleich 0 ja da soll der ausgang davon abhängen was denn vorher am ausgang angelegen hat da kommen wir zu dieser speicher funktion also wir wollen ja später diesen kreis hier schließen das f werden wir dann sagen an diesen roten punkt hier anschalten also was auch immer vorher angelegen hat soll beim ruhezustand s und er gleich 0 0 am ausgang erscheinen das heißt in diesem fall folgt q einfach dem feedback signal 0 bzw 1 hier 0 bzw 1 und jetzt kommen wir zu der frage am abschluss warum haben wir uns gerade mit dem thema don't cares beschäftigt in unvollständig minimierten wenn unvollständig definierten schaltfunktion genau von diesem fall hier unten was soll denn passieren für den fall dass set und reset signale gleichzeitig auf 1 liegen das heißt doch so viel wie ich möchte dass mein q gleichzeitig auf 1 und auf den dunkel geht so das funktioniert nicht das ist technisch ausgeschlossen das heißt diese beiden rot markierten zeilen wo set und reset gleichzeitig auf 1 gehen sind technisch unsinniger anwendungsfall und darauf brauchen wir unser schaltnetz gar nicht auszulegen wir können in diesem fall also von unserer funktion q die aus dem schaltnetz rauskommt die aussage machen dass uns an dieser stelle der logikwert gar nicht interessiert weil diese beiden eingangs belegungen niemals auftreten dürfen das kann unser schaltnetz nicht leisten so mit dieser tabelle wollen wir jetzt mal versuchen das schaltnetz zu konstruieren unter verwendung des kano minimierungsverfahrens dazu übertragen wir diese tabelle in ein zwei mal drei kano diagramm zwei mal drei weil wir drei eingangs variablen haben s r und f mit insgesamt acht verschiedenen variablen kombinationen bezeichnet durch die indiz 0 bis 7 und dann können wir die einzelne eintragen 1 bei 0 0 1 0 1 dann aber hier bei 100 11 11 dort ist er und bei 101 haben wir eine 1 hier unten und dann haben wir noch 2 mal x bei 1, 1, 0 und 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, das sind diese beiden x hier und der Rest, der sind dann die drei Nullen hier oben bei den Indizes 0, 2 und 3. Jetzt haben wir ein Kanu-Diagramm, können uns entscheiden, in welcher Form wir das in eine Schaltfunktion umsetzen, disjunktive oder konjunktive oder negiert disjunktive Form. Ich entscheide mich für den einfachen Weg, die disjunktive Minimalform und muss jetzt die entsprechende Kernprim-Blocküberdeckung finden von meiner Einsmenge unter Berücksichtigung von Freiheitsgraden, die mir die Don't Cares geben. Da sehe ich, dass ich hier diese beiden Einsen und diese beiden x zu einem quadratischen Block gruppieren kann und dann habe ich noch hier unten diese 1, die kann ich jetzt noch verbinden mit der 1 hier unten rechts. Wenn ich daraus jetzt die disjunktive Minimalform ablese, dann kriege ich aus dem Block Nummer 1 einfach raus, das entspricht dem Signal S und aus dem Block Nummer 2, dort bekomme ich den Kernprim-Implikanten F und R quer. F und R quer oder S ist also genau die kombinatorische Funktion, die wir in einem solchen Schaltnetz brauchen, um nach der Rückführung, wenn wir also den Rückkopplungszweig schließen, sozusagen einen Selbsterhalt, sozusagen eine Klotzbremse hier zu bauen in unserem System für Bits 1 oder 0. Wenn wir das in einen Schaltplan umsetzen, Q gleich S oder F und R quer, dann können wir das so machen. Was haben wir hier auf oberster Ebene? Da haben wir einen Plus-Operator, also einen Oder-Gatter mit zwei Eingängen. Hier ein Operant, hier der andere Operant. Oder-Gatter, in den geht rein das S und die Unverbindung aus F und dem invertierten Signal R. Also hier unten Unverknüpfung von F und dem invertierten R. Das ist unsere Schaltfunktion und diese Schaltfunktion müssen wir, so wie wir das jetzt gerade uns ausgedacht haben, über diesen Feedback-Weg zurückkoppeln. Also aus unserem Signal F wird jetzt das wieder eingespeiste Signal Q. Jetzt müssen wir uns angucken, ob das tatsächlich eine Speicherfunktion erfüllt. Diese Speicherfunktion können wir uns jetzt durch logische Analyse von diesem Gatternetzwerk hier uns anschauen oder wir prüfen es einfach mit Logic Circuit nach. Ich habe Ihnen das in Logic Circuit mal gebaut. Hier sehen Sie die Gatterschaltung, die wir gerade konstruiert haben. und oder-Gatter, was an Q führt und hier das zweite Eingang F und R quer und dann die entsprechende Rückführung draus. Und ich habe Ihnen zusätzlich nochmal das Ausgangssignal des und-Gatters hier als zweiten Output herausgeführt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob dieses Ding hier tatsächlich eine Speicherfunktion realisiert. Dazu schalte ich die Simulation ein. Zu Beginn sehen wir hier, dass unser Signal Q gleich 0 ist. Das ist zum Start der Simulation der Fall. Was haben wir gefordert? Wir haben gefordert, dass wir beim kurzzeitigen Antippen der Bremse, sozusagen diesen Bremszustand erhalten. Das heißt, wir setzen kurz die Bremse, zack. Und anschließend bleibt tatsächlich der Bremszustand erhalten, sozusagen den Klotz haben wir reingetrieben. Und die Speicherfunktion bleibt erfüllt, obwohl wir hier das Signal S schon lange wieder auf 0 zurückgenommen haben. Und das hätte eine reine kombinatorische Schaltung so nicht leisten können, die keine Rückführpfade mit drin hat. Dann haben wir den Hammer, der den Klotz aus der Bremse wieder rausschlagen soll. Das heißt, unser Reset-Signal. Reset-Signal brauchen wir auch nur kurz anzutippen. In dem Moment, wo ich auf Reset tippe, also auf 1 schalte, wird unser Ledge gelöscht. Das heißt, Q geht wieder auf 0 zurück. Nochmal. Set, beliebig lange oder beliebig kurz gedrückt halten. Wieder zurücknehmen. Zustand bleibt erhalten. Reset, beliebig kurz oder lange gedrückt. Zustand wird zurückgesetzt. Also, wir haben damit jetzt offensichtlich die Funktion gebaut, die wir wollten. Das heißt, eine kombinatorische Funktion entwickelt, die nach der Einführung in eine Rückführschleife dazu führt, dass wir tatsächlich Zustandsinformationen über beliebig lange Zeit speichern können, auch wenn an den Eingängen hier wieder Ruhe eingekehrt ist. So, Problem gelöst. Ja, logisch schon. Technisch gehen wir in der Regel noch einen Schritt weiter. Und zwar deswegen, weil wir eigentlich in der integrierten Schaltungstechnik diese Elemente und und oder relativ ungern verwenden. Das werden wir in diesem Semester nicht näher besprechen. Aber es ist so, dass und und oder Gatter technisch aufwendiger zu realisieren sind als ihre negierten Komplimente. Das heißt also, ein nicht oder und ein nicht und Gatter sind billiger zu bauen mit weniger elektronischen Bauelementen als ein und und ein oder. Und deswegen versucht man immer möglichst NAND und NOR Logik zu bauen, weil die sich eben nachher mit weniger Platz auf dem Chip, mit weniger Transistoren realisieren lassen. Und genau diesen Schritt werden wir jetzt mal machen und dann kommen wir zu der Ihnen vermutlich schon bekannten Struktur, der kreuzgekoppelten NAND und NOR-Gatter als elementares asynchrones SR-Ledge. So, dazu gehen wir auf die Präsentation zurück. So, was machen wir jetzt? Wir haben nachgewiesen, dass wir die Ledge-Funktion bekommen haben. Und jetzt tun wir mal folgendes. Im nächsten Schritt nehmen wir unser Ledge mit den und 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 mit den und und mit den oder Gattern. Machen wir jetzt mal folgendes. In den Feedback-Pfad schieben wir jetzt einfach in Serie 2 Inverter rein. So, darf ich das einfach machen? Naja, was ich hier mache ist, ich nehme das OR-Gatter und invertiere dessen Ausgang. So, damit invertiert sich natürlich auch der Ausgang Q. Das heißt, aus Q wird Q quer. Okay, es ist nur eine Änderung der Polarität, aber die Speicherfunktion bleibt natürlich erhalten. So, natürlich ist dieser zurückgeführte Ausgang an dem OR-Gatter, der muss ja hier wieder an dem UN-Gatter ankommen. In genau der originalen Polarität. Damit die Polarität original bleibt, fügen wir sozusagen nach diesem ersten Invertierungsgatter, fügen wir nochmal einen Inverter in die Schleife hinzu. Das heißt, die Polarität, die hier ankommt, entspricht natürlich genau der am Ausgang von dem OR. Wir haben also jetzt in Bezug auf die Polarität das Vorzeichen dieser Rückführschleife nichts geändert. So, das können wir jetzt machen. Aber was erlaubt uns jetzt diese Konstruktion? Schauen Sie mal her. Wir haben jetzt hier ein OR-Gatter mit einem nachfolgenden Inverter. Das können wir zusammenfassen zu einem Nicht-Oder-Gatter. Was haben wir hier? Hier haben wir einen UN-Gatter mit zwei invertierten Eingängen. Diese zwei invertierten Eingänge erinnert uns so ein bisschen an was? Und zwar an die demorgenschen Regeln. Was galt denn für x und y quer? Nach den demorgenschen Regeln ist das nichts anderes als x quer oder y quer. Oder umgekehrt, x oder y quer ist gleich x quer und y quer. Was sehen wir daraus? Wir haben jetzt gerade diesen Fall hier. Wir haben ein UN-Gatter mit zwei invertierten Eingängen. Das ist genau der untere Fall. UN-Gatter x quer und y quer. Und das ist dasselbe wie das Nicht-Oder von x und y. Das bedeutet, auch diese Gatter-Konstruktion können wir hier zu einem Nicht-Oder-Gatter zusammenfassen. Hier nochmal dargestellt. Blau hinterlegt. Diese beiden Konstrukte, die sind jetzt das Äquivalent von NOR-Gattern. Wir können das also gemäß demorgenschen Regeln durch NOR-Gatter ersetzen. und erhalten dann diese Konstruktion hier. Einen NOR-Gatter und ein zweites NOR-Gatter. Und das erfüllt genauso die Speicherfunktion, wie gerade eben gezeigt. Und dazu setze ich noch den angenehmen Aspekt, dass wir jetzt neben dem Ausgang Q quer, den wir jetzt durch diese Invertierung hier erzeugt haben, an dieser Stelle noch die Originalpolarität unseres Ausgangs haben. Das heißt, das Q und das Q quer kommen jeweils komplementär zueinander als zwei Ausgänge aus diesem System raus. So, und jetzt zeichnen wir das Ganze noch ein bisschen um, machen das etwas schöner. Das heißt, diese Leitung, die legen wir nicht unten hier so einmal kreuz drumherum, sondern die legen wir von hier einmal da durch nach da und klappen dieses Gatter noch. Und dann kommen wir zu dieser Konstruktion, die Ihnen vermutlich aus der Literatur schon geläufig ist. Das hier ist jetzt die Überführung in ein Schaltnetz in NOR-Logik, was genau die Speicherfunktion eines elementaren RS-Ledges realisiert. Als kreuzgekoppeltes NOR-Gatterpaar. Das wollen wir uns nochmal eben in Logic Circuit anschauen, ob das auch tatsächlich so funktioniert. Hier hatten wir also unsere Ausgangsfunktion und die werden wir in dem ersten Schritt mal jetzt überführen in die Konstruktion, wo wir jeweils noch zwei Inverter zuschalten. Also diesen Inverter haben wir dazu geschaltet und diesen Inverter hier unten. Und jetzt starte ich die Simulation an. So, einschalten. Jetzt startet zunächst mal dieses Ledge in einem beliebigen Zustand. Sie können das mehrfach ein- und ausschalten und wenn Sie Glück haben, kriegen Sie mal genau das Gegenteil heraus. Hier startet es jetzt immer mit Q quer oben. Aber vielleicht, wenn ich den Simulator nochmal neu starten würde, das Programm nochmal neu starten würde, kann es sein, dass beim Anschalten das Q aufleuchtet und Q quer auf Null ist. Ein Ledge startet immer in einem zufälligen Zustand und das hängt davon ab, in welchem Zustand Ihr Simulator sich gerade befindet. In der Realität ist es auch so. Dort hängt es davon ab, wie jetzt gerade das Rauschen irgendwo in dem System dazu führt, dass sich der ein oder andere Zustand als Initialzustand einstellt. So, nach dieser Modifikation funktioniert unser Zustandsspeicher noch. Ja, das wird er tun. Wir machen ein Set, dann sollte das Q-Signal angehen. Set setzt also hier das Q und ein Reset setzt das Q quer und löscht Q. Also die Speicherfunktion ist nach der Modifikation immer noch erhalten. Jetzt machen wir die Zusammenfassung zu NOR-Gattern. Also aus diesem Dreierblock, aus dem Zweierblock jeweils ein NOR-Gatter gibt uns diese Konstruktion. Funktioniert das auch hier noch. Also Set setzt Q und Reset löscht Q. Und der letzte Schritt ist nur noch umzeichnen zu dieser etwas schöneren kreuzgekoppelten Darstellung, die jetzt so aussieht. Reset löscht hier unten und Set setzt. Damit haben wir gezeigt, dass auch dieses kreuzgekoppelte NOR-Pärchen unsere Anforderungen erfüllt, in dem Sinne, als dass wir eine Speicherfunktion für ein Bit asynchron realisiert haben. Sehen Sie hier noch eine Kleinigkeit. Ich habe diese Ausgänge auch überkreuzt. Wozu war das nötig? Schauen Sie mal hier in der Darstellung da oben drüber ist das Q quer oben, das Q unten. Die meisten Standards oder der uns betreffende IEEE-Standard für die Bezeichnung von den Elemente-Symbolen für die Baupläne, die gehen davon aus, dass das Q immer oben ist und das invertierte Signal unten drunter. Logisch ist das egal, aber Sie sollten sich auch in Logic Circuit an die Standards halten. Das heißt, bringen Sie das Q oben an, das Q quer unten und das erfordert, dass Sie jetzt von der reinen Layout-Gestaltung von Ihrer Schaltung einfach nochmal den Ausgang überkreuzen müssen. Damit haben wir erfolgreich ein Speicherelement mithilfe der Synthese von kombinatorischen Schaltungen erstellt. Und das ist das grundlegende Speicherelement, was wir dann verwenden werden, um auch alle komplexeren Schaltungen auf der Basis der kombinatorischen Logik zu erstellen. So, zu den elementaren SR-Ledges nochmal kurz. Wenn wir dieselbe Übung gemacht hätten, mithilfe der Synthese der Schaltfunktion in unserer Rückkopplungsschleife auf der Basis der konjunktiven Form, also hier eine konjunktive Minimalform erzeugt hätten statt einer disjunktiven, dann wären wir zur selben Konstruktion gekommen, allerdings unter Verwendung von NAND-Gattern. Es ist genauso möglich, mit zwei kreuzgekoppelten NAND-Gattern ein elementares SR-Ledge zu erzeugen. Der einzige Unterschied, den man beachten muss, ist, dass sich die Polarität der Eingangssignale unterscheidet. Also, bei der NAND-Variante sind die Eingänge low aktiv. Das bedeutet, Sie müssen zum Setzen bzw. zum Löschen aus dem Ruhepegel 1 kurz in den aktiven Zustand 0 gehen. Also, Set und Reset wird durch einen kurzen Nullpuls ausgelöst. Ansonsten, in Bezug auf die Speicherfunktion, funktioniert das ganz genauso. Beachten Sie bitte, dass im Gegensatz zur NOR-Variante die Polaritäten der Ausgangssignale hier von der Geometrie her vertauscht sind. Das heißt, da finden Sie auf natürliche Weise das Q oben, während das natürliche Q bei der NOR-Variante unten liegt. Deswegen habe ich gerade diese Überkreuzung der Ausgänge vorgenommen. Also, wenn Sie das eine oder das andere bauen, achten Sie mal darauf, dass das Q oben ist und das Q quer unten, um standardkonform bezüglich Ihrer Schaltplansymbole zu sein. So, das war der Punkt, zu dem ich Sie heute bringen wollte. Das reicht für die Vorlesung heute. Wir werden bei der nächsten Veranstaltung fortsetzen mit komplexeren Ledges und Flipflops. Das heißt, wir werden uns befassen mit der Fragestellung, welche Nachteile haben denn diese einfachen Varianten bei der Zustandsspeicherung? Wie können wir diese Nachteile beheben? Mithilfe von Zusatzelementen, die wir um diese Grundkonstruktion drumherum schalten, um zum Beispiel taktabhängiges Speichern von Daten zu ermöglichen. Um zum Beispiel zu verhindern, dass der nicht zulässige Eingangszustand 1 und 1 an S und R auftritt. Und das führt uns dann zu komplexeren Bauelementen, die Sie auch im Praktikum in der Logic Circuit Funktionsbibliothek entwickeln sollen, wofür ich Ihnen jetzt schrittweise das Verständnis vermitteln möchte. Also, das reicht für heute. Wir bleiben beim Thema elementare SR-Ledges für heute bestehen und sehen uns nachher in der Videokonferenz. Bis dahin und viel Spaß. Vielen Dank.